hallo und willkommen wieder zurück zu sie lernt schon noch selda sehr menschke letztes mal waren wir ein königskraft und haben dadurch nämlich ein glücksfragment wo immer noch ein paar schöne sachen geheimnisse natürlich auch noch gegeben falls auch noch dabei gewesen die stein an der tür ach so die sogenannte quelle ist hier dieser wasserfall ist bestimmt die wasserquelle von highwood gustav sagte dass dahin teil was nicht das zum letzten element führt lasst es uns anschauen link es wird hier nicht auf der karte angezeigt aber unser ziel ist hier das volk des windes was mal hier lebte zurückblieben nur noch die ruinen sie haben im palast hier mitgenommen und seitdem ist der palast des windes hier auch das element oh weia jawohl 50 mysteriöse muscheln kann man schon leicht da rein springen kann man auch schon hoch klettern gehen wir erstmal hier hoch ich brauche licht noch eine ebene ein bisschen wasser vom wasserfall es wird ein bisschen schieberein wir geben ok toll 100 mysteriöse muscheln hier ist so eins warte ein fahrt erstmal freischienen wäre gerade gut die frage ist weh so nein ja 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 perfekt schläft einer der geister hier ist auch so ein symbol so ein permanent fluch ich gar nicht beträger der heiligen macht des windes flügel mögen nun auch dicht tragen oh wieder ein wind mal ein weiterer ort mit denen du die ocarina erreicht jetzt auch wieder rein in dieses label rind ich bringe da mal einmal runter hier könnte man auch so ein eingang machen hier könnte man auch so ein eingang machen da waren ruinen drin hier auch ohne falsch haben wir einen griff und die waren alle echt jetzt lieber mal eine bombe in der hand nehmen ok großer blauer rubin ok warum bin ich jetzt da raus gegangen ein kiste mysteriöse muschen genau so kann man es aber auch machen seelerquelle hier ist ein wesen hört sich nach dem gron an was ist das ein großer wirbelwind hier kommen wir wohl nicht weiter was sollen wir noch machen rein gehen natürlich über den wolken über den wolken ich lebe noch link du wagemut hat auch seine grenzen stürzt sich einfach in den wirbelsturm das hätte auch unser ende sein können so etwas dein wahlkeitsigkeit hat sich offenbar gelohnt ist hier am ende die welt über den wolken hier muss es etwas geben das zum element führt suchen wir danach hier muss es liegen das element des windes alle noch da waren wir doch gerade schweige oder oder hier hier wo sind wir da nicht raus gekommen es gibt eine grotte viele herzen haben ja reicht nicht aber hier sind offenbar glücksfragmente ja glücksfragmenten rätsel da geht es wieder runter nur denn sollte euch das video gefallen haben wie immer daumen nach oben und das abonnieren nicht vergessen seid auch beim nächsten mal wieder dabei wenn es hier weitergeht über den wolken jetzt quasi da wo wir jetzt quasi schon in der nähe liegen vom element des windes jetzt nämlich wirklich beim volk des windes hier ja es sei denn als gute haut rein bis zum nächsten video